Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal sofort und gleich schon Ja heute zeige ich euch wo die Schatzkarte, wo ihr die Schatzkarte von Woche 5 sehen könnt und zwar Folge der Schatzkarte von Greasy Grove Diese Schatzkarte ist nämlich, also auf dieser Schatzkarte wird ein Totenkoff abgeblendet und da ist quasi ein Kreuz, ein bisschen besser ein X und da wird dann die Schatzkarte gezeigt Ich habe das ganze schon gemacht, weil die Season 4, Woche 5, ja schon länger draußen ist jetzt seit 2 Tagen habe ich jetzt erstmal ein bisschen später gemacht, aber an die Leute die es noch nicht wissen, wo die Season 5 Ich verspreche mich dir ganz, wo die Thomas selber nachdenken über deine dummen Frage Die Woche 5, Herausforderung ist die Schatzkarte und ja ich hoffe, dass ich jetzt mal richtig fliege Also ich weiß, dass ich hier richtig bin, nur, äh ich bin viel zu weit unten Das war ein Donker-Fan Egal Gut dann Lmg So, hier oben ist sie nämlich Hier oben ist dann die Schatzkarte von Season 4, Woche 5 Und ja, versuchen wir mal ganz kurz hier den Gegner wegzuklatschen Und ja, versuchen wir mal ganz kurz hier den Gegner wegzuklatschen Hab ihn Okay Gut, ja, das war es eigentlich schon von diesem Video Ähm, ja, ich wollte euch nur kurz zeigen, wo es bei der Season 4, Woche 5 diese Schatzkarte Von Greasygrove Und ja Deswegen Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Liken, ein Abo-Kartar freuen Bis dahin, haut rein und tschau Egal Verstehungs Was dimensional Thув Mit Sz activity Haben D